Das Grundschuljahr perfekt durchorganisiert mit dem Betzold Grundschulplaner. Speziell für die Bedürfnisse von Grundschullehrern angepasst, bietet Ihnen dieser Planer eine hervorragende Arbeitserleichterung. Modernes handgezeichnetes Design kombiniert mit den Vorteilen eines herkömmlichen Planers. Die praxisorientierte Struktur hilft Ihnen, jeden Unterrichtstag optimal zu organisieren. Jeder Monat ist passend zur Jahreszeit liebevoll gestaltet. Der Grundschulplaner von Betzold bietet jede Menge nützlicher Seiten wie To-Do-Listen, Vertretungsstunden, Geburtstagslisten und praktische Jahresübersichtskalender. Der Grundschulplaner bietet Platz für bis zu fünf Klassen. Für jede Klasse gibt es einen Sitz- und Stundenplan sowie Noten- und Schülerbeobachtungslisten. Mit Hilfe dieser Kategorien können Sie Ihre kleinen Schützlinge individuell bewerten und ihre Stärken und Schwächen festhalten. Mit dem Grundschulplaner von Betzold gehen Sie bestens organisiert durch das Schuljahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017